Die AM Limited steigt bei dem Unternehmen hinter dem Raspberry Pi ein. Wir schauen uns in diesem Video daher einmal an, was da konkret dahinter steckt, welche Folgen das für den Raspberry Pi haben wird und auch, was das für die RISC-V-Architektur bedeutet. Und damit herzlich willkommen zu uLabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Schauen wir zu Beginn erst einmal, wer steckt hinter dieser AM Limited. Wir haben zum einen die Prozessor-Architektur, die wurde 1983 in Großbritannien entwickelt und war recht erfolgreich, weil sie schneller war als die Konkurrenz und dabei weniger Energie verbraucht hat. Deswegen hat man die ausgegliedert, weil sie eben erfolgreich war und später dann in AM Limited umbenannt. Unter dem Namen gibt es sie bis heute. Ein wesentlicher Unterschied zur Konkurrenz liegt darin, dass AM keine Prozessoren selber herstellt, wie es zum Beispiel Intel oder AMD tun. Stattdessen entwickelt AM nur die Designs und verkauft diese Lizenzen, also proprietäre Lizenzen, an interessierte Kunden, die dann das entweder direkt übernehmen und darauf Prozessoren herstellen oder aber das Ganze anpassen. Das ist auch möglich. Der direkte Kauf fertiger Prozessoren von AM ist dagegen nicht möglich. Warum steigt also dieses Unternehmen nun beim Raspberry Pi mit ein? Denn hier ist es erstmal wichtig zu wissen, der Raspberry Pi setzt schon seit dem ersten Modell aus dem Jahre 2012 auf die AM-Architektur und da gibt es eine tiefere Partnerschaft schon seit einigen Jahren davor, denn das war ja auch eine Entwicklungsarbeit. Der Grund, die AM-Prozessoren sind zum einen relativ günstig, das ist ja wichtig für den Pi, der soll ja nicht allzu teuer sein und gerade auch relativ sparsam. Das ist in Bereichen wie zum Beispiel dem IoT oder auch allgemeinen Servern wichtig. Da hat man ja im Regelfall nicht so die riesige Leistung, die man braucht, aber dafür sollen die Systeme immer laufen und da ist Energiesparsamkeit wichtig. Aus dem Grunde ist der Pi auch gerade in der IoT-Branche immer wichtiger geworden und das nicht so wie ihr jetzt vielleicht denkt mit Privatleuten, die sich der Home Assistant, I.O. Broker und ähnliche Software installieren, um da ein eigenständiges und unabhängiges Smart Home drauf zu realisieren, also Heimautomatisierung, sondern es geht hier eher um die kommerziellen Kunden. Die sind in den letzten Jahren deutlich angewachsen. Wir haben zum Beispiel Ende 2020 7 Millionen Einheiten produziert gehabt. Das sind offizielle Zahlen von der Raspberry Pi Limited. Von diesen 7 Millionen gingen mehr als die Hälfte an kommerzielle Unternehmenskunden und von diesem Anteil ging allein 44% an die Industrie. Das heißt also, der Pi ist an vielen Stellen verbaut, wo man das jetzt als Kunde gar nicht sieht, in Maschinensteuerungen und ähnlichem, plus eben natürlich auch fertige Produkte, gerade aus dem IoT-Bereich, wo der drinsteckt. Das seht ihr jetzt ja im Regelfall auch nicht, außer ihr baut die mal auseinander und findet das. Fairerweise sei gesagt, hier steckt auch das Compute-Modell mit drin. Wer das nicht kennt, das gibt es seit 2014, also auch schon relativ alt. Wurde immer wieder auf die neuen Versionen angepasst und hier geht es darum, man hat sich da versucht, das so ein bisschen auf Basis von Raspberry Pi zu erweitern, für eben die Integration in andere Produkte. Zum Beispiel hat das einen integrierten Flash-Speicher, PC-Express und ein paar andere Funktionen, die man in der Industrie haben möchte. Warum macht man das? Gerade Standbausteine sind eben oft günstiger und man ist damit schneller, denn hier spart man sich die Eigenentwicklung. Die Unternehmenskunden sind beim Raspberry Pi auch immer wichtiger geworden. Gerade in der Pandemie hat man das gemerkt, die werden bevorzugt beliefert. Da ging ein ganzer Teil immer an die und das hat auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass die eine ganze Zeit lang nur schlecht verfügbar waren. Warum? Die offizielle Begründung ist, man hat daran Existenzen bei Unternehmen, wenn die eben nicht produzieren können, dann geht das Unternehmen pleite, die Mitarbeiter werden nicht bezahlt und man verliert eben die Existenz, kann davon nicht mehr leben. Natürlich hat das auch viel Kritik erzeugt, gerade von Privatkunden, die dann eben dort keine PiS bekommen haben. Natürlich sehen das Unternehmen ganz anders. Die haben eben Raspberry Pi als zuverlässigen Partner erlebt und die, die wir schon darauf gesetzt haben, die werden das fortführen wahrscheinlich. Plus eben auch eine Signalwirkung für neue, die eben sehen, hier haben wir jemanden, auf den können wir uns verlassen. Kommen wir zur RISC-V-Thematik. Das ist, falls ihr es nicht kennt, ein offener Standard für Prozessoren, ohne irgendwelche Abhängigkeiten. Bei AM, das ist ja proprietär, da muss man Lizenzen kaufen, das kostet Geld und man ist eben von AM abhängig. Das ist hier nicht der Fall. Deswegen wird es auch schon länger diskutiert, hat verschiedene Gründe. Zum einen passt es halt gut zur Raspberry Pi-Philosophie, zum anderen hat man da eben auch verschiedene Bedenken, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Ein weiterer Grund ist, dass es 2019, da so eine Art Paukenschlag gab, nämlich in dem Jahr, ist Raspberry Pi der RISC-V-Organisation beigetreten, die sich dafür einsetzt, um eben RISC-V weiterzubringen. Das hat dann zu vielen Spekulationen geführt und für viele war eben klar, da kommt jetzt bald was. Das ist so der Einstieg, um eben mittel- bis langfristig zu wechseln. Die Risiken von AM hatte ich eben schon mal kurz erwähnt. Es gab hier schon verschiedene Fälle, wo das auch schon relativ nah in der Praxis fast umgesetzt wurde. Zum einen wollte Nvidia die AM Limited kaufen und da sah sogar eben ab, in der Raspberry Pi gründet die Missbrauchsgefahr, dass sie das eben kommerziell für sich ausnutzen, wenn die Übergabe klappen sollte. Trotzdem wurde kein Wechsel ernsthaft in Erwägung gezogen. Damals hat man gesagt, das AM-Ökosystem, das würde im Moment immer noch deutlich mehr Vorteile bieten. Mal dabei ein Wechsel auch nicht ausgeschlossen, nur eben jetzt für den kommenden Pi, also der Raspberry Pi 5 zu dem Zeitpunkt. Da soll es eben keinen Wechsel geben. Dieser Kauf von Nvidia, der fand am Schluss nicht statt. Das lag aber nicht an den zwei Unternehmen. Die wollten beide. Es waren stattdessen Kartellbehörden, die eben hier berechtigte Bedenken hatten. Und stattdessen hat eben dann AM im Nachgang ihren Börsengang angekündigt und in dem Zuge auch gleich Preisurhöhungen für eben diese proprietären Lizenzen. Nun beteiligt sich AM an Raspberry Pi oder dem Unternehmen dahinter und zwar in Form einer strategischen Minderheitsbeteiligung. Das heißt, die haben da gewisse Anteile. Man weiß aber nicht genau, zu welchen Konditionen und wie viel das sind. Da halten sich beide Unternehmen bedeckt. Aus dieser Erklärung kann man aber noch mehr rauslesen. Ich habe hier mal einen Absatz übersetzt und zitiert. Nämlich hier heißt es, die Verwendung der AM-Technologie als Grundlage unserer aktuellen und zukünftigen Produkte bietet uns Zugang zu der Rechenleistung und so weiter. Und hier ist der Knackpunkt und zukünftiger Produkte. Das heißt also, das ist für die Zukunft gesetzt, dass man hier nicht wechseln möchte, sondern bei AM bleiben möchte, was ja auch mit dieser Beteiligung nochmal zementiert wurde. Ob das klug ist, kann man kontrovers diskutieren. Die Konkurrenz hat eine ziemlich strikte Meinung teilweise. Bei Google zum Beispiel, da wurde schon vor einigen Wochen bekannt, dass man da guckt, wie man eben eher von AM wegkommt. Dort will man nämlich in RISC-V investieren, um hier langfristig eine offene Architektur zu haben, wo man wenig Abhängigkeiten hat oder auch nicht eben diese Lizenzzahlungen, die ja auch laufend Geld kosten. Beim Raspberry Pi ist der Wechsel zu RISC-V damit wohl erstmal beerdigt. Das ist schade, denn natürlich gäbe es hier ein Potenzial, um die Architektur zu stärken, die unabhängig ist, die hier ins Ökosystem reinpasst. Davon würden auch alle profitieren. Natürlich die AM Limited nicht, die wollen damit Geld verdienen. Denen ist sowas ein Dorn im Auge, was, das wird von einigen vermutet, auch ein Mitgrund ist, warum sie jetzt hier einsteigen, um eben zu verhindern, dass der Pi sich doch noch umguckt und vielleicht auf RISC-V wechseln, wie es Google zum Beispiel getan hat. Und das hat man damit auch verhindert, ich habe es gerade ja zitiert, dass es zementiert, man wird eben jetzt erstmal nicht mehr wechseln, sondern bei AM bleiben, mit den Risiken, die es dabei gibt. Insgesamt aus meiner Sicht also eher enttäuschend, gerade weil es mit dem RP1 ja in eine andere Richtung zu gehen scheint, zumindest zuletzt mit dem Raspberry Pi 5. Wie immer gerne eure Meinung zu uns, wie wir da stehen ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.